Heute möchte ich mit dir eine ganz einfache, aber sehr effektive Methode teilen, die du nutzen kannst, um deine Realitätsschicht allgemein aufzuwerten. Wir alle leben zwar in derselben Welt, aber doch alle in unserer eigenen individuellen Realitätsschicht. Wir können dieselbe Szene erleben, wir können am selben Ort sein, aber wir erleben die Szene doch ganz anders. Das liegt einfach daran, dass wir alle in unserer eigenen Realitätsschicht leben. Für die eine Person ist dieselbe Szene kunterbunt und echt schön und für eine andere Person wiederum ist sie eher grau und weniger schön. Und das liegt einfach daran, dass wir unsere Realität auf eine gewisse Art und Weise betrachten. Wir haben unterschiedliche Glaubenssätze, wir haben unterschiedliche Annahmen und auf Basis dieser Annahmen, auf Basis dieser Glaubenssätze betrachten wir dann unsere Realität. Das ist mehr oder weniger eine Art Filter oder wie eine Brille, die wir aufsetzen, die unsere Realitätswahrnehmung entweder ins Positive oder ins Negative verzerrt. Und mit der Methode des Realitätsamalgam kannst du genau diese Brille wechseln. Und zwar heißt diese Methode Realitätsamalgam, da früher die venezianischen Spiegelmeister ganz besondere Spiegel hergestellt haben. Und diesen Spiegeln wurde eine gewisse Legierung mit Gold beigemischt, ein Amalgam und dadurch haben sich die Leute einfach in diesen Spiegeln charmanter gefunden. Dadurch, dass dem Spiegel eine Legierung mit Gold beigemischt wurde, war die Reflexion des Spiegels deutlich wärmer und dementsprechend haben sich die Leute auch charmanter und einfach schöner wahrgenommen. Deswegen waren das sehr, sehr begehrte, besondere Spiegel. Im Endeffekt hat diese Legierung, die dem Spiegel beigemischt wurde, einfach sozusagen zu einer positiven Realitätsverzerrung geführt. Und jetzt stell dir mal vor, dass du dich jeden Tag durch eine positive Lupe betrachten würdest. Dein Selbstwert würde so gepusht werden und dieser Spiegel hätte einen unglaublichen Mehrwert. Und da die Realität mehr oder weniger genauso wie ein Spiegel funktioniert, ja die Realität spiegelt dir einfach nur deine Glaubenssätze, können wir auch ein Amalgam auf unsere Realität auftragen. Also wir können genau dasselbe Prinzip, was die venetianischen Spiegelmeister damals verwendet haben, auch auf unsere Realität anwenden. Und zwar indem wir einen übergeordneten Glaubenssatz in unser Glaubenssystem hinzufügen. Das Realitätsamalgam ist einfach ein allgemeiner Glaubenssatz, den du sozusagen auf deine gesamte Realität auftragen kannst. Das ist sehr, sehr unspezifisch und etwas, was man mehr oder weniger auf jede Situation anwenden kann. Sowas wie zum Beispiel, meine Welt kümmert sich um mich, alles passiert für mich, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, meine Welt sucht immer nur das Beste für mich aus und so weiter. Also wirklich sehr, sehr allgemeine Sachen, die man mehr oder weniger auf jede Situation anwenden kann. Und wenn du dir dieses Realitätsamalgam, diesen übergeordneten Glaubenssatz immer wieder vor Augen hältst, deine Realität durch diese Lupe betrachtest und das Ganze nach einer Weile auch verinnerlicht hast, dann hast du mehr oder weniger einfach eine Brille aufgesetzt, die sozusagen deine Realität ins Positive verzerrt. Denn im Endeffekt ist es so, dass alles, was wir manifestieren, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist. Es geht nicht darum, was wirklich wahr ist oder nicht wahr ist. Das, was wir glauben, das wird am Ende wahr sein. Und wenn wir es hinkriegen, so ein Amalgam aufzutragen, was einfach dafür sorgt, dass wir alles positiver betrachten, dass wir es aus einem Blickwinkel betrachten, wie zum Beispiel, alles passiert für mich, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so weiter, dann wird es am Ende wirklich so sein. Es kommt dann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn du dann nach einer Weile wirklich diesen Glaubenssatz integriert hast und dir dann auch der Realitätsspiegel das Ganze immer wieder spiegelt und du merkst, okay, es stimmt wirklich, es scheint wirklich zu funktionieren, dadurch wird dein Realitätsamalgam nur noch stärker und stärker. Die meisten Leute benutzen auch ein Realitätsamalgam, bloß eher so ein negatives Realitätsamalgam, dass sie sich denken, oh, warum passiert mir das nur immer, ich bin immer zur falschen Zeit am falschen Ort, die Welt ist gegen mich gerichtet. Du entscheidest im Endeffekt selber, wie du die Situation betrachten möchtest. Und anstatt einfach alles nur unbewusst negativ zu bewerten, so wie die meisten Leute es tun, wachst du jetzt auf und benutzt die Methode des Realitätsamalgams und wiederholst diesen übergeordneten allgemeinen Glaubenssatz einfach immer wieder und immer wieder, bis du wirklich jede Situation durch dieses Amalgam betrachtest. Und dann wird dir der Realitätsspiegel auch eine viel, viel schönere Realität widerspiegeln. So einfach ist es im Endeffekt. Du musst es dir bloß einfach zur Gewohnheit machen, beziehungsweise dir dein Realitätsamalgam einprägen. Am besten nimmst du dein Realitätsamalgam zum Beispiel als Handyhintergrund oder du hängst dir einen Zettel über das Bett, sodass sich dieser Glaubenssatz wirklich tief einprägt und du anfängst alles durch diese Brille zu betrachten. Und schon bald wird dir deine Realität genau das auch wieder spiegeln. Schon bald wird deine Realität wie ein venezianischer Spiegel sein und alles wird einfach schöner und einfacher erscheinen. Probier es einfach mal aus. Es ist wirklich eine sehr, sehr simple, aber doch sehr mächtige Methode. Du weißt, du kannst alles sein, haben und tun, was du willst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.